hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge von let's play league of legends diesmal spielen wir den chen und ihr könnt gespannt sein denn wir spielen ihn in dem jungle nicht dahin dahin so cool zuerst gehen bin ich mal gespannt wie das so abläuft ich glaube dass mich das erste mal der schöne jungle spieler aber ich glaube dass das klappt schon das klappt schon ihr kennt mich ja in unserem team ist einmal die riven auf der top lane die diana auf der mitte ash und morgana auf der bot lane so dann ist er fresh und kalista auch mit auf der bot lane auf der gegnerischen botlein zone in der mitte shivana jungle und garen top lane und warum war die geht wird täglich ist wird diezahl so groß derfte die wollen doch alle maps alles klar was macht die da was macht da was machst du da Jaja, so ist das. Boah, Junge. Meine Güte. Ich muss irgendwie Wache bei einer Aufnahme werden. Ich fange immer und immer wieder an zu gähnen. Das ist doof. Das ist doof. Geil. Ich krieg natürlich mal einen Pull. Da, this guy. Because I can. Because I can. So. Schnell hier die Golems machen. Denn das ist wichtig. Nice. Nice. Wow. Hätte ich den nicht lieber feiern können, bevor die... So gehe ich. So, was sagen wollte, äh, bevor der die getötet hat? Doof. Doof. Doof, doof, doof. Doof. Doof, doof, doof. Mutter. So. So, da muss ich mal eben in die Mitte und die ersetzen. Die Diana. Hey. Das gibt's doch nicht. Was ist denn da los? Die spielt noch nicht mal gute Musik. Musik. Noch nicht mal gute Musik. Voll die Schande. Das gibt's echt nicht, ne? Wir sind uns einig. Es gibt es echt nicht. Und zurück. Und jetzt zurück. So. Als erstes brauche ich nämlich das rote Ding hier. Dann einmal Boots und eine Health Potion. So. Das rote Ding macht was? Dass ich das auf... Genau, auf Champions anwenden kann. Ist doch gut. Und... Das finde ich super. So, so, dann komm mal her. Ja. Fuss. Das. Das war das nicht so. Ich war für dich. ahrscheinlich.. Das war nicht so. Hook, fünf, fünf, fünf.. Das war nicht so. Und was ist doch irgendwie. Boah, das ist voll schwierig mit Shen zu farmen, ne? Ich muss mich hier grad voll konzentrieren. Jetzt soll man eben schauen. Lucky Lucky machen. Das ist ja doof. Das ist ja doof. Ja, was ist das denn doof? Ja, ja, das ist ja doof. No, fuck. Ähm, was brauche ich jetzt? Ich brauche das rosa Ding davon. Rosa Ding ist das da. Und die Diana ist immer noch nicht da. Und die Stimme über Surrender schon ab. 1 zu 5. Das geht doch noch. So schlimm finde ich das jetzt gar nicht. Gar nicht. Ja, ich kann da nicht hin. Ich muss, bitte, Deffen. Na, fuck. Ich versau grad meinen Farm. Boah, wie viel Damage die einfach nur drückt. Da muss ich doch mal eben hier mein Red Buff holen. Schön weiter, 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 weiter. Jetzt habe ich keine Energie mehr. Keine Energie mehr. Vorsichtige Schritte. Vorsichtige Fußes. Sehr gut. Nice. Oh, oh. Nein, kann ich? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Tschüss. Oh mein Gott. Komm schon, schneller, schneller, schneller. Nice. Sehr, sehr gut. Das war gut. Das war nice. So wollte ich es haben. Mehr wollte ich eigentlich gar nicht. So, Botlane läuft auch super. Zweifel los. Damit sie die Farm mir ein bisschen zu viel. Nein. Jawohl. Wir sind uns einig. Vorsichtige Schritte. Und was machen wir hier nun? Geil, 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 geil. Vorsichtigen Fußes. Bewiegen. Den Film zustimmt. Lautlos. Vordringen. Oh mein Gott. Ich rede nicht mehr so viel, weil ich mich konzentrieren muss. Ah, komm schon. Komm schon. Jawohl. Nice. Ich komm nicht mehr ran. Ich komm nicht mehr ran. Wieso komm ich nicht mehr ran? Nein. Gibt's doch nicht, Alter. Mann, Alter. Nee. 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 Das glaub ich euch jetzt nicht. Das glaub ich euch jetzt nicht. Eben nochmal aufschreiben von gerade. Zweite Minute. Sehr gut. Schön Stifte wieder weglegen. Die Diana ist afk. Das ist doof. Das ist doof. Das ist doof. Ich denke, das war ein Rage-Quit. Und nix anderes. Schabe Ulti. Also, wenn ihr reingehen wollt, dann geht rein. Oh, die gehen rein. Die gehen rein. Alles klar. Komm mal. Ich komm mal. Ich komm mal. Lol. Was ist denn das? Da war etwas. Schön weiter farmen. Weil so langsam bin ich wieder unterlevelt. Das darf nicht sein. Das darf nicht sein. Das darf nicht sein. Was soll'n' das? Willst du mich hier aufregen? Nein, 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 nein. Nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben. Sehr gut. Komm schon. Hol sie dir. Maaan. Das gibt's doch nicht. Ionien. Ähm, jetzt kommt Blade of the Ruined King. Ach, dann fickt ich doch. Dann halt nicht. Dann halt nicht. Dann hab ich auch keinen Bock mehr. Komm schon. 4 zu 11. No. Demo. Weg damit. Soll's weggehen, hab ich gesagt. Meine Güte. Mal eben hier die Geister noch machen. Oder die Raben oder was ist. Greifvogel. Okay. Dann hat der Greifvogel. Oh, 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 oh. Jawohl. Alles klar. Natürlich. Wie viel Damage macht die... Die macht ja schon als Porter extrem Damage. Terminiert. Terminiert. Das ist gut. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Hilf dir doch. Ich hätte ja auch Ulti zünden können. Hey. Der Turm fällt nicht, Junge. Der Turm fällt einfach nicht. Ah, der Turm ist gefallen. Komm schon. Komm schon. Gib mir mehr Farb. Komm schon. Tötchen. Schneller. Komm schon. Ich benutze meine Ulti viel zu wenig. Geil. Geil. So. Aus dem Schatten. Oh, shit. Oh, boah. Okay, das war die Ehe von der... Stehe ich. Nice. 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 Das war doch gut. Das war doch gut. Ich bin zufrieden. I'm very zufrieden. Das ist gut. Ich gehe mal zum Drake. Mal eben gucken, ob der noch da ist. Vielleicht nehme ich den da unten noch eben mit. Ich will die mir nicht helfen, ne? Das gibt's doch gar nicht. Na, jetzt ist er weg. Komm her, komm her, komm her, komm her, komm her, komm her, zwei, eins, null. Zack. Und sie hilft mir wieder nicht. Sie hilft mir wieder nicht. Diana. Alles klar. Okay. 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 Ich glaube, die Folge dauert nicht mehr lange. Die Folge dauert nicht mehr lange. Die Riven, die, 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 die Flampton, ein bisschen rum. Die, 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 die ist ja erst internetjahrt. Im Meer. Im Meer. Bleib doch drin, du Schabracke. Meine Güte. Tschüss. Ich weiß nicht, wieso die da reingeht. Wieso geht die da rein? Hä? Wieso geht die da rein? Jetzt musste ich echt mein Flash benutzen, um zu entkommen. Weil die da reingegangen ist. Aus dem Schatten. Aus dem Schatten. Tschüss. Euer Team hat einen Turm zerstört. Sehr gut. Ich habe sie aufgehalten und du pusht. Ja, da kann ich ja nicht mehr helfen. Hier. Komm her. Zack. Dann fick dich doch. Du nimmst hier nicht mein Red weg. Nein. Ihr seid auch ein ganz, ganz kleiner Wichsgeburt. Mal eben gucken. Ah, können wir noch nicht. Shitty. 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 1 zu 6. Wow. Boah, bin ich gut. Der nächste stirbt. Sehr gut. Die Riven, die wartet ja auch da, ne? Die gönnt sich. Die gönnt sich. Soll. Ah, da ist sie. Da ist sie ja. Da ist sie ja. Hehe. Er dachte, er könnte mich so fangen, aber nein. Nee, da hat er nicht mit mir gerechnet. Damit hat er nicht gerechnet. Vorsichtige Schritte. Ich guck mal eben. Der Drake ist da. Ist gut. Aber. Oh, die haben den aber ziemlich schnell gemacht. Nein. So close. Schade. Okay. Jetzt können wir aber 100% noch mal aufgeben. Komm schon. Gib. Oh man. Wir geben die nicht auf. Verstehen die nicht, dass es 4 gegen 5 ist, weil die scheiß Riven da sagt, nee, ich bin jetzt angepisst, jetzt will ich nicht mitmachen. Jetzt bin ich angepisst, ich will jetzt nicht mitmachen. Angepisst, angepisst, angepisst. Das muss ich eindeutig bessern. Das geht hier so gar nicht. Und wir farmen, wir farmen, farmen, farmen. Dann machen wir das Ding da mal eben noch weg. Ulti, ich könnte mal eben Ulti machen. Oh, Alter. Was soll das denn? Alles klar. Alles klar. Sagst du nicht aufgeben. Ach, die haben auch Baron. Baron. Geil. Diese haben wir jetzt nochmal nicht aufgegeben. So gehe ich. Ich verstehe das Spiel doch nicht. Wieso geben wir nicht auf? Auf, 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 auf. Das ist doch behindert. Und tschüss. Wow, das macht so viel Spaß. Können wir bitte aufgeben? Bitte, bitte. Bitte, bitte, bitte. Komm schon. Ja? 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 Warte? Komm schon. Es kommt gleich irgendwann noch. Das letzte Jahr kommt dann ja. Noch eben einmal reinspringen. Oh Mann, ich dachte, ich könnte den... Und die haben Nein gestimmt. Wow. Wow. Wow, macht der Spaß. Und danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, unsere nächste Folge wird einfach besser werden. Oh Gott. So, verloren. Ende. Aus. Mickey Mouse.